Schönen guten Abend, mein Damen und Herren, mein Name ist Sabtoon und willkommen zurück zu Paper Mario. So, wir machen direkt weiter mit Chapter 4, sind hier an der pinken Bahnstation gerade angekommen und da hatte ich quasi jetzt mal aufgehört. Jetzt geht es genau da weiter. Ja, wir legen direkt los, ich muss gerade das Dashboard aufmachen. Ich muss das ja wie gesagt noch durchspielen. Und that's why. Geht sofort los, bringen sofort die Leiter. Chillt mal ein bisschen. So, los, auf geht's. So, dann gucken wir mal, was es hier so gibt. Okay, da ist auch kaputt. Das ist doch nicht, das ist doch ein Fake, oder? Sie tut es schon wieder. Sie tut es einfach schon wieder. Bounce, direkt noch kaputt machen. Ey, da ist ein grüner. Kaputt. So, wir haben uns genau besiegt. Das heißt, wir switchen einmal rüber zu Gumbario, damit er die gerade mal analysieren kann. Ich. Wäschte, wäschte, wäschte. Oh, verhält das noch. Oh mein Gott. Jetzt habe ich eine Verteidigung, ja. Okay, ähm, zuallererst müssen wir natürlich mal den Highlighter analysieren. Das ist ein Medi-Guys. Medi-Guys sind die Notfallhelfer unter den Shy-Guys. Heint sie mal, sieben Kp. Angestraubt eins, Gradio, null. Sie haben die Fähigkeit, ihre hunderte Freunde wieder zu heilen. Aber sie greifen auch an. Sie sollten sie so schnell wie möglich kaputt fähig machen. Das kann richtig nervig werden, wenn sie ständig den Schaden in Verursachen wieder beheben. Da hast du allerdings recht. Ey, Trissi, was geht? Hast du die schlechten Pokémon-Präsentationen gesehen? Alter, natürlich habe ich die gesehen. Was für ein Scheiß. Also ich weiß nicht, so ein Dota-Beziehungsweise League of Legends-Verschnitt von Pokémon. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das geil finde. Aber ich habe auch ganz ehrlich gesagt mit dieser Art von Games gar nichts am Hut. So komplett gar nichts. Keine Enteutung. Ja, League of Legends dann eben. Dota und League of Legends sind beides dasselbe Genre. Deswegen habe ich das beides mit drin. Wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung davon. Deswegen habe ich das beides jetzt zusammengenommen. Aber ich weiß nicht. Ich habe da mit diesem Genre, wie gesagt, nichts am Hut. Und dementsprechend kann ich nicht sagen, ob es geil ist oder nicht. Ich finde Pokémon generell geil. Und das könnte vielleicht eine Art sein, um mich an dieses Genre dran zu führen. Aber in der Serie war es natürlich ziemlich arm und langweilig. Vor allem, weil sie nur das gezeigt haben und nichts anderes. Wie scheiße war das denn? Falls du spielen wirst, du wirst so rasiert da. Was heißt denn rasiert? Von wem rasiert? Ich will nicht rasiert werden. Ich rasiere mich höchstens selber. Wenn ich das jemand anders das macht. Mh, der schmeckt gut. Du wirst einer von den Opfern da sein. Opfer nicht als Beleidigung. Vielleicht verstehst du. Du meinst, weil die Leute einfach zu OP sind, die diese Spiele spielen. Und ich als Nicht-Spieler so eines Genres werde quasi einfach nur fertig gemacht. Weil ich keine Ahnung habe von diesem Spielgenre. Oder was meinst du jetzt? Wir Leech of Legends von mir aus auch Dota und Mobile Legends Spieler werden zu heftig sein. Ja, wir haben Ahnung. Ich habe schon fast gehört, dass du das meinst. Ich denke mal, ich kann mich schon auch in dieses Genre reinfuchsen und dann einigermaßen draufhauen. Und es soll dir auch Spaß machen. Es ist ein Game, hallo. Spiele sollen Freude bereiten. Ach was. Ach komm. Halt das jetzt aber auch? Ach, der Ficker, ey. Es gibt für mich kein anderes Genre, wo das so heftig ist. Und so gut wie allen anderen Genres ist es viel einfacher reinzukommen, Ethik. War voll dumm, dass es auch für die Switch rauskommt. Und die wollte ja sowieso ein bisschen weggehen von diesem Mobile Gaming. Deswegen bringen sie es wahrscheinlich auch für die Konsole raus. Und zwar mit Crossover. PC. Als würde die nicht überhaupt irgendwas für den PC rausbringen. Also, kann man nicht mit dem PC. Aber es war definitiv ziemlich arme Direct, weil die haben die ganze Zeit nur über das geredet und es kam nichts anderes. Alle haben gehofft so, oh, das Remake von Diamond and Pearl wird angekündigt. Irgendwie sowas in die Richtung oder irgendwas noch viel geileres. Und dann kommen die da mit. Es ist einfach nur so, äh, scheiße. Das ist ein Sky Guy. Sky Guy sind meisterhafte Ballonfahrer. Maximal 7 Kp, Angeskraft 3 und Verteilung 0. Auch die Ballons könnten angegriffen werden. Wenn sie zu Boden fallen, sind sie nichts anderes als normale Guys. Ich wünschte, ich hätte auch einen Ballon. Dann könnte ich schweben. Das sieht einfach toll aus. Da ist es dann so, dass die Mobile Player die Switch Player fetzen werden. Haha. Mobile ist viel leichter als mit Controller. Keine Ahnung. Ich bin da wie gesagt gar nicht drin. Und ich denke, ich denke, dass ich es spielen werde. Übrigens ist seit heute, seit dieser Direct jetzt auch dieses Pokémon Kaffee raus. Was eigentlich ein Mobile Game ist. Aber auch für die Switch. Ich glaube runterladbar ist. Ich werde später mal runterladen und mal vielleicht ein bisschen anzocken. Mal gucken, was das für ein Scheiß ist. Irgendwas mit Puzzle. Und ich hasse Puzzle. Aber ich werde es trotzdem mal probieren. Ach komm, einer hat gefehlt. Und ich habe doch rechtzeitig gedrückt. Und der heilt sich jetzt wieder, der Drecksack. So ein Dreckiger. Als ob der wüsste, dass der sich jetzt rein kann. Es gibt schon seit gestern acht. Ich habe es schon, wurde bei mir gestern Nacht heruntergeladen. Ich werde es später noch mal runterladen. Die zwei als auch ganz einfach hin Sport. das war einfach schlechten ich habe es gerade einfach weg getrunken warum wenn ich eigentlich immer noch null zuschauer angezeigt du bist du ein drucker okay wir müssen auf jeden fall erst mal den da hinten wieder ausschalten so den haben wir erledigt geilo ich sollte es vielleicht auch mal runterladen ich habe jetzt gerade sowieso nicht alles zurückstellen wäre es ja eigentlich möglich gucken wir nicht ob ich überhaupt downloaden kann oder ob das eine zu große datei ist wird gar nicht angezeigt wird einfach es geht einfach nur zum download krass also er macht den es scheint auch relativ schnell zu gehen heftig du musst pokémon smile herunterladen nee du kannst pokémon smile herunterladen warum hat immer jeder speicher problem beim handy nichts für ungut aber das ist kein handy sondern meine switch mensch er dreht er dreht er dreht aus ich habe über 128 gb und hatte noch nie probleme du lädst es auf der switch runter ja ich habe das handy runterladen ich habe es auf dem handy ist ja jedem selbst überlassen ich habe es auf dem handy auch scheiße Und was zockst du gerade? Tristanovic, erzähl. Was zockst du gerade? Was ist denn hier drin? Oi. Fortnite. Boring as fuck. Ein bisschen gut geworden, aber nur ein bisschen. Hier drauf würde ich ja gerne. Oh, nein. oh man ich hasse das perfekt ist es nicht schon finde es sind immer müll im games bei uns ja ich glaube einfach schrug finden also sofort bin ich wieder da ja sofort ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, die machen jetzt platt Ach komm, das war zu schnell Ja, ich komm nicht weiter, keine Ahnung, warum ich hab so schnell gemacht Wo kamen die alle her? Bin mich verarscht Fortnite Hm, guck mal hier Ich will hier durch, komm! Das muss doch hier durchgehen Da kann ich einfach nicht durchgehen Obwohl man das sieht, dass es offen ist Kacke Oh, Gott sei Dank Und wieder zurück Okay Läppte schon ziemlich gut für mich, ne? Ne, lass mal Was schreibst du? Äh, 98 Damage Nur auf den Kopf Das kann doch nicht sein Hoffe die Schrot bekommt AIDS Ja, du hast gesagt, du benutzt doch keine Schrot Punchgun ist halt einfach Lame Man braucht die aber Oh, fuck Habt ihr gesehen? Der brennt, der Dude Der danced Alter, was ist das denn für einer? Guck mich mal den an Ich muss den analysieren Ah, ich bisse im Auge Ah! Du dreckiger Drecksack Damit habe ich jetzt nicht gerechnet Glücklich nicht Okay Oh Oh Man braucht die aber für die Nahkraft Die soll aber einfach die alte Schrottende ins Game bringen Okay Das ist ein Spy Guy Spy Guy sehen in ihren neutralen Anzügen aus, als wären sie in geheimer Mission unterwegs Maximal 7 Kp Angriffkraft 2 Treiben los Jedes mal wenn sie angreifen werden Wechseln sie ihre Waffe Versuche ihre Hammerattacken auszuweichen Nach jedem Treffer bührst du einen deiner Kommandos ein What? Ne, so nicht Au Okay Okay Ich hab's gescheit Ähm Auf jeden Fall sie wieder Was? Oh mein Gott Ich bin so ein Idiot Ich muss mal das kriechen Natürlich halte sie sich zu damit viel Das Ohrfeigensalat Stück Kartoffeln Ich hab's nicht gestalten Ich werde das Aber Where's die Worüber Moin Ich hab's nicht Ich hab's nicht Ich hab's nicht Ich hab's nicht haha ich hab's gegeben wenn so geht das nenne ich muss irgendwie über diesen bahn wiedergang kein bock gegen die alte ach du scheiße das ist dein fucking ernst kommt euch mal den an fett joe fett schei meine ich ach du scheiße das muss ich gleich mal einen kumpel schicken gut 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 Hey Theresie, herzlich willkommen im Stream. Schönen guten Abend. Mir geht es super. Danke der Nachfrage. Wie geht es dir? Ich muss jetzt gegen so einen fetten Klops kämpfen. Ich... Bisschen Angst, aber... Alle nennen mich Gomegai. Ich weiß nicht wieso. Ich bin nur ein gewöhnlicher Schallgein mit einer Folge für gutes Essen. So ist es. Ich bin hungrig. Ähm. Dann isst hier so einen. Füttern. Er schreibt füttern. Ich will das gar nicht mehr schreiben. Naja. Naja. Was? Was willst du gar nicht mehr schreiben? Was meinst du jetzt? Ah, ich raff's. Ich raff's. Äh, wir laden mal. Was willst du nicht mehr schreiben? Ach so, du willst nicht mal schreiben, wie's dir geht. Ja, aber wenn du mich fragst, wie's mir geht, dann musst du mir auch sagen, wie's dir geht. Und wenn's dir nicht gut geht, dann ist es natürlich scheiße. Denn ich frag das ja nicht, weil ich hören will, dass es dir nicht gut geht, sondern ich frag das, weil ich hören will, dass es dir wieder besser geht. Also ich muss jetzt den Kuchen backen. So schaut's aus. Es ist grad immer dasselbe irgendwie. Schneller. Weißt du, was ich mein? Eintönig? Oder was meinst du? Bei mir ist grad halt alles so ein bisschen, also mir ist nicht immer das gleiche. Bei mir ist gerade alles so ein bisschen neu und es ändert sich was und es ist nicht alles so eintönig und routiniert, weil ich zieh gerade um, ich geh zurück nach Hamburg, ich hab, äh, mein Job läuft aus, ich weiß nicht, wohin mich das fühlen wird. Ich weiß nicht, ob ich weiter als Koch arbeiten möchte, ich möcht's eigentlich nicht, ich möchte gerne eine neue Umschulung machen. Ich muss gucken, dass ich das irgendwie in die Wege leite, es ist wieder was Neues, also bei mir passieren halt ganz viele Dinge. Ja, aber du musst du, also, ich weiß nicht, tu doch mal, vielleicht kannst du ja irgendwas machen, damit's dir besser geht, so auf Dauer. Irgendwas, was man doch machen kann, irgendwas muss man doch machen können. Okay, das ist gedownloadet. Wir müssen jetzt mal wieder raus gerade, Freunde. Das ist doch scheiße, dass es dir scheiße ging. Mann, ey. Tadah! Oh, Mario, eine gute alte Bratpfanne, du hast sie von den Scheingeist zurückgeholt, vielen Dank, Mario. Dafür werde ich dir etwas ganz Besonderes zubereiten. Ich hoffe, es ist ein Kuchen. Tadala! Oh, du hast zu viel Kram dabei, du kannst den Kuchen jetzt nicht mitnehmen. Komm wieder, wenn du ein paar Sachen losgeworden bist. Hey. Weil mir schlecht ist. Gesundheitlich geht's dir immer nicht, guter, ich hab das Gefühl. Ich kann doch nicht, ist doch nicht normal, dass es dir so schlecht geht, gesundheitlich. Der Arzt muss doch mal irgendwie, da muss doch mal irgendwie Diagnose erstellt werden. Kann nicht sein, dass es dir immer nur schlecht geht. Wie dir schlecht ist. Vielleicht schwanger? Just asking, weil... Also schlecht ist einem sehr viel, wenn... ...wenn man schwanger ist als Frau. Oh. Just asking. Ich hoffe, du bist schon alt genug, um schwanger sein zu dürfen. Ich weiß gar nicht, wie ält du bist. In der Früh war es am schlimmsten, da ist mir schon was hochgekommen und trotzdem habe ich die Schuhe durchgezogen. Du Scheiße. Nein, kann nicht sein. Okay. Wenn du das sagst, ich glaube dir. Wo ist noch mal dieser Einkaufsrein? Nicht auch hier drüben? Jetzt haben schon viele Frauen gesagt, kann nicht sein, dass sie schwanger sind, dann waren sie doch schwanger. Immer viel trinken. Und Sudbrennen habe ich auch. Ja, Sudbrennen habe ich auch immer. Also ich bin sowieso... Was Magenprobleme angeht, bin ich richtig anfällig. Das liegt bei uns in der Familie. Sudbrennen, Magenschmerzen, Magendruck. Damit liebe ich schon seit Jahren. Aber ich trinke trotzdem zum Beispiel Energy. Ich habe Tabletten. Magensaft, Tröse und Tabletten. Was sagst du der falschen Person? Was meinst du jetzt? Das Gefühl, dass der Delay ist auch ziemlich krass heute wieder mit dem Stream, weil teilweise Sachen, die ich frage, du die so spät beantwortest, dass ich mich frage, ob der Delay bei, keine Ahnung, 6 oder 7 liegt. Mit dem viel trinken. Achso, ja, das ist richtig. Paper Mario. Hey, Juli, herzlich willkommen im Stream. Hi. Ja, das ist Paper Mario, das hast du richtig gesehen. Da bin ich schon jetzt seit längerem dran und ich muss das mal schnell durchspielen, bevor der 17. Juli anbricht, weil dann kommt durch das neue Paper Mario und das werde ich ja dann spielen. Und bislang muss ich das hier natürlich durchhaben. Ja, aber viel trinken ist halt wirklich wichtig. Ich weiß, du trinkst nicht viel, Juli, äh, ach, jetzt sag ich schon Juli, äh, Theresi, aber, ähm, trinken ist halt wirklich wichtig. Also, wobei zu viel trinken auch nicht gut ist. Na, 2 Liter, äh, ist von Person zu Person unterschiedlich. Es schwankt sich so zwischen 1,5 bis 1 bis 2 Liter ein. Äh, Leute mit viel Masse natürlich 2 Liter und Leute mit weniger Masse oder auch Frauen halt auch weniger, nicht zu viel. Bei uns liegt Sodbrennen und Gastritis in der Familie. 2 Liter ist teilweise manchmal auch sogar schon zu viel, vor allem für eine zierliche Frau. Da sind schon 1,5, äh, reicht da vollkommen aus. Weil man kann sich auch übertrinken, wenn man zu viel trinkt. Äh, habe ich jetzt erst vor kurzem rausgefunden. Ist auch nicht gut, das nennt sich dann, äh, Füssigkeitsvergiftung. Ja, Sodbrennen ist richtig nervig, kann ich nur bestätigen. Ja, Sodbrennen ist richtig nervig. Das ist wirklich ungewöhnlich. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Ob regnet, tagelt Schnee oder Scheigeis. Hier müssen die Post zustellen. Guck mal, was wolle. Was sollen wir nur tun? Ja, ich hab doch hier was. Wie gesagt. dann da muss auf jeden fall mal essen ja schon klar also das auf jeden fall meine diagnose fällig die das mal so ein bisschen aufklärt was da los ist das kann nämlich nicht sein dass du dir immer schlecht wenn du was trinkst oder was ist oder generell diese art normal und sagst du bist auch nicht schwanger das kann nicht sein also muss ja irgendwas anderes sein und das muss man herausfinden was das ist sie war ja beim arzt glaube ich aber der konnte keine richtige diagnose erstellen also anderer arzt das ist er das ist der beutel danke marie du kannst dir gar nicht vorstellen wie viele leuten sich auf ihre post freuen dass mich dir ein kleines geschenk als angeschnitten reichen später später meistens mit dem nicht schlecht nur von flüssigkeit vielleicht auch psychisch bedingt kommt überhaupt die hier noch was neues haben erhöht marie sprungkraft um zwei das ist auch mega nice ich will das haben ich würde das alles gerne einsetzen aber in dem war ich noch nicht beim arzt dann muss dann zum nächsten arzt alles absuchen kann ja von sehr vielen sachen kommen und von trinken auch nicht also die ist generell so immer schlecht oder wie das ist auch so ein zedemann erst wo ist es denn das ist okay das wird erst erhöht moin goku sama herzlich willkommen im stream schönen guten Abend also muss ich das hier auf jeden fall sechs punkte 12 punkte insgesamt ja das ist ja die helft von dem was ich eigentlich habe jetzt Guten Abend! Ähm, ach ja, genau, ich muss jetzt den Küchen abholen. Ich hatte das einmal in der Corona-Zeit, da war ich auch ein bisschen schlecht und sorgbrennen, aber nicht so viel heute. Das war heute viel schlimmer, aber sonst ist mir eigentlich nicht schlecht. Er ist trotzdem nicht gut. Lass es untersuchen. So, ich speichere mal ab. Zur Sicherheit. Boah, ich hasse Sogbrennen. Alter, ich habe gefühlt jeden Tag durchgehend Sogbrennen. Wenn ich dagegen keine Tabletten nehme, dann sterbe ich nicht, aber es ist sehr unangenehm. Ich bin gestern mit Sogbrennen eingeschlafen und mit Sogbrennen wieder aufgewacht. Das ist doch mal krass, oder? Natrium-Lol. Ja, ich habe Tabletten dagegen, also ich muss die regelmäßig nehmen. Aber manchmal habe ich auch über mehrere Monate keinen Sogbrennen, sodass ich die wirklich nur bei Bedarf nehme. bei uns sieht das in der Familie Sogbrennen und Magendruck. Das ist das, womit ich quasi lebe. Okay. Dankeschön. Dann gehen wir mal wieder zurück in die Toybox. Die Toybox. Die Toybox. Goku, was hast du so gemacht heute? Erzähl mal. Bei mir ist das nicht so schlimm. Hab das öfter, aber nicht ständig. Also ich habe es auch nicht komplett immer ständig. Kommt mal drauf an. Also zum Beispiel, ich habe vorgestern Baklava gegessen. Ein Baklava in den Mund genommen, gekaut und runtergeschluckt, als der Magen angekommen ist. Bam! Sofort Sodbrennen. Sofort. Instant. Also es kommt auch drauf an, was ich zu mir nehme. Aber Baklava ist halt einfach geil. Aber ich kriege davon sofort Sodbrennen, weil es einfach so süß ist und sobald die Süße auf meinen Magensaft trifft, ist Game Over sozusagen. Dasselbe habe ich auch mit säurehaltigen Getränken oder generell säurehaltigen Lebensmitteln sofort Sodbrennen. Oder auch Essighaltige Lebensmittel. So zum Beispiel, wenn ich Balsamico irgendwie zu mir nehme. Oder auch scharfe Sachen. Sofort Sodbrennen. Sofort. Das ist echt scheiße. Aber dafür habe ich Tabletten, dann geht das schon. Ich habe da eher größere Probleme mit Allergien. Ich muss jeden Tag Anti... Äh... Istaminika... Istaminika... Das ist echt nervig. Die machen immer müde. Das ist echt scheiße. Also mit Allergien habe ich so gar keine Probleme. Da ist bei mir wirklich alles in Ordnung. Wenn ich... Habe ich jetzt nicht geheilt? Doch habe ich. Oh Gott sei Dank. Ja, wo soll ich denn? Achso, wir müssen Richtung ändern. Was passiert jetzt? Ah, langweiler. Achso. Oh Gott. Oh Gott. Ist das dann verschwunden? Goku! Are you there? Ist jemand da? Oder ist meine Verbindung abgebrochen? Guck mal nach. Hier ist alles in Ordnung. Ja, ja. Ja, ja. Nein, nein. Ich, äh... Hab noch Verbindungen. Aber... Ich weiß nicht, was mit diesem Dashboard los ist. Mir wird immer angezeigt, so null Zuschauer, ein Zuschauer. Aber es sind eigentlich immer mehr drin. Und dann schreiben plötzlich irgendwelche Leute. Und die werden mir gar nicht als Zuschauer angezeigt. Und ich so denke, hä? What the fuck is going on here? Ankunft. Pinker Bahnhof. Wir sind wieder am pinken Bahnhof angekommen. Wup, wup. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln, weil ich brauche jetzt noch ganz viele Ordnungspunkte. Übrigens, was... Uaaaahhhh. Oh, come on. Ich bin gesprungen. Drecksack. Ja, die können alle nicht zählen. Ha. 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 Wo ich, äh... Ne, doch nicht. Oh, ich, äh... Oh. Oh. Und... Bam. So geht das nämlich. Ähm... Guckt ihr gerade irgendwelche geilen Serien? Könnt ihr irgendwas empfehlen? Also ich kann empfehlen, was ich gerade gucke und was ich gerade angefangen habe. Ich bin jetzt bei der, keine Ahnung, 5. oder 6. Folge Dark. Ist ne deutsche Serie, aber ey, so gut. Das ist ne Zeitreisen-Serie. Und ich dachte erst so, ich denke immer generell so, deutsche Produktion, oh das kann ja nichts Gutes sein. Das ist ja alles scheiße. Aber Dark ist wirklich top. Ganz ehrlich, das... Ich war richtig begeistert. Das ist wirklich, wirklich richtig gut. Windows ist am schlimmsten, was kommt nach 8... Ja genau, 10. Hahaha. Ich dachte immer 9. Oh, Ohrfeigensalat hier. Bam, 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 bam. Äh, achso, ja ne, ist richtig. Au, ey, das, das... Oh mein Gott. Hat der nicht getan. Hat der nicht getan. Den hier. Bams. Dark hört sich interessant an. Ich schau mir gerade Gelife näher an. Ja gut, ich rede aber jetzt gerade von Serien, so real life. Und, äh, Animes gucke ich sowieso durchgehend. Das ist bei mir gar kein Thema, das überhaupt, äh, 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 zu fragen. Guckst du eigentlich Animes? Oder was guckst, äh... Ich gucke immer Animes. Wirklich immer. Aber ich rede jetzt gerade von, äh, normalen, äh, real life Serien. Und da gucke ich halt gerade Dark. Und das, äh, äh, ist wirklich gut. Das gibt's auf Netflix. Da kommt auch jetzt irgendwann demnächst die dritte Staffel. Und ich bin jetzt gerade bei der ersten. Und ich muss sagen, Bombe. Einfach nur Bombe. Aber Gleifnir, äh, äh, ist die letzte Folge draußen? Lass mich grad gucken. Blablablablablablablablablablablabla Blablablablbla. Blablablablablablabla Plundrär ist die letzte Folge draußen? Ja, hier die letzten Folgen von Plundrär und von, äh, Tower of Gods sind draußen. Gleifnir kommt am Sonntag, sobald ich, äh, das in Erinnerung habe. Aber, dann gucke ich jetzt, äh, heute nach dem Stream auf jeden Fall Plundrär und Tower of Gods. und danach fehlt dann noch Glyphnir und dann habe ich meine ganzen Animes quasi durch. Ach ne, ich muss ja auch noch dieses Seven Sun, den muss ich noch gucken. Zu Ende gucken. Aber dann bin ich durch mit allen Animes, die ich geguckt habe aus der aktuellen Season. Ach so, Serien. Ich müsste mir noch mal In the High Castle anschauen. A man in the High Castle. Ah, das ist glaube ich so Krimi-mäßig, oder? Mag ich nicht. Soll ich dich bei Tower of God spoilern, wirst du sofort gebannt. Ja, wir sind ja auf drei Zuschauer gesprungen. Yippie-ay-ay. So habe ich jetzt meinen PC erstellt und nächsten Monat wird er bestellt. Nice. Was für ein PC denn? Und wie viel hat der? Und Werte? Und überhaupt? Und interessant? Und erzähle mehr. Wir wissen. Wie sind die Werte davon? Ich bann dich, Mully. Mully. Das ist Juli. Mully-Tint ist Juli. Sie wird nicht spoilern. Das würde sie niemals wagen. So, dann geben wir den... Nee, die Rede. Nee, ich muss erst noch mal hier... Ich will erst noch mal so einen Sprecherstand erstellen. Zack. Nach dem zweiten WB, wo Deutschland gewonnen hat. Man in... Man in the High Castle. Hiwi. Elias M. Barek ist wieder... Äh, ich meine, Elias TV ist wieder am Start. Herzlich willkommen im Stream. Schönen guten Abend. Ui, 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 ui. Hehe, moin. In Tower of... Tower of what? Ist... Punkt, 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 Punkt. Oh my god. Potalo. Moin. Ich bin schon ganz schwach vor Hunger. Ich verhunger gleich. Ich muss was essen. Ich brauche einen süßen Kuchen. Ein Kuchen mit Sahnehäubchen und Keksstückchen. Okay, dann kriegst du den hier. Isst mal das hier. Oh. 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 Köstlich. Oh, das ist sagenhaft gut. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Wow, das war krass. Alter, war da LSD drin oder was? Heftig? Was hast du erhalten? Kochbuch. Ausgezeichnet. Gormigai hatte dieses Buch. Zeig es einem Meisterkoch. Wow, sag ich dazu nur. Alter, ich hätte den Kuchen lieber selber essen sollen. Mario auf LSD ist, glaube ich, unbesiegbar. Das ist genauso wie Bowser, der gerade mit seinem Sternstab auf LSD ist. Wow. Hi, Gokusama und Yudi. Äh, Edmulitin, so heißt du doch, oder? Ist richtig, ist das Yudi. Der ist schon fett genug, was für Kuchen. Ja, Mann! Heftig, sag ich dazu nur. Bäh. Oh, du hast jetzt einen Brenner dabei. Na, super. Ja, da ganz ehrlich. Machen wir mal den hier. Wenn er aber ein Geist. Bäm! Uh, sechs hat es bei dem so. Ähm, Borfeigen Saat gegen die natürlich. Und jetzt kommen die und greifen mich natürlich alle an. Au! Von der oben, oh, oh. Ha! Abgewehrt. Ich brenne nicht. Die Pärons! Wie, den anderen kann ich gar nicht... Okay. Oh. Level up! Level up! Was, was, was? Wie wird die sich verarscht? Ich gucke mir gerade ein Moin Moin mit Etienne in Florentin an, von vor zwei Jahren. Ah, wie gut ist das denn? Verarschende Demo. Demonstranten verarschen die. Demonstranten! Jetzt am chilligen Mittsommerabend, nervig, nicht mit Schimpfwörtern. Es ist auch echt warm. Das ist auch gut so, danke. Heute ist der längste Tag des Jahres. Komisch, ich dachte, der wäre vor drei Tagen gewesen. War so, stand zumindest so auf Facebook. Ich kriege nur drei. Dann Das war's für heute. Geht sofort weiter, Leute. Oh mein Gott. Ich muss hier gerade auf Pause machen. Das ist einfach zu geil. Jetzt muss ich mir nur mal in Ruhe angucken. Mit dem Tandem zur Diesel-Demo. Moin moin mit Etienne und Florentin. Bestes überhaupt, ey. Das ist so witzig. Die verarschen Einwalts-Demonstranten, die gegen die demonstrieren für gute Luft, also gegen Diesel-Autos und die verarschen einfach so krass und dann kommt ein Typ, der meint dann so von wegen ihr steht hier vor unseren Kameras mit eurer Kamera, das geht so nicht, ihr seid so ein bisschen zur Seite und ihr zählt dann gleich so, ey, das darf ich nicht exkalieren, bitte kein Mord- oder Totschlag, das ist ein emotionales Thema und wir müssen uns ja nicht gleich auf die Köpfe springen, bla bla bla. Nach Mischlapp, ey. Richtig gut. Aber wir spielen erstmal weiter, weil das muss ich mir in Ruhe nochmal angucken. So. Nee, Lügen darf man nicht sagen. Nee. 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 Nee, Lügen darf man nicht sagen. Nee, das war jetzt ein bisschen... Creep, 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 creep. Ähm, Midsommarfest findet heute statt. Ich mag diese Tradition. Ja, was macht man in meinem Midsommarfest? Nee. Midsommarfest. Schweden, Fehmarn, Ritual. Am 24. Du hast recht, es ist wirklich heute. Da danst man. Oder die, oder was? Als Midsommarfest werden die Feierlichkeiten zur Sommersonnenwende bezeichnet. In den skandinavischen Ländern, so wie im Baltikum, wo die Nächte zu dieser Jahreszeit kaum dunkel werden, sind die Bräuche besonders lebendig. Die Sommersonnenwende fand in den ersten Jahren nach Christus am 24. Juni, bla bla bla, statt. Okay. Du bist ja noch schlimmer drauf als ich. Nee. 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 Das könnte auch so eine Lache sein von irgendjemandem, oder? Ich hab schon mal so jemanden getroffen, die hat so gelacht. Das war ein bisschen creepy. Ich hab einen Lachflash bekommen, weil die so gelacht hat. Das soll man sich mal vorstellen. Und dadurch hat sie noch mehr gelacht, weil ich ein Lachflash hatte. Und das hat sich hochgeschaukelt, sodass wir auf dem Boden lagen und solche Schmerzen hatten. Weil wir eine Viertelstunde lang gelacht haben. Ein Lachflash-Mob war das schon fast. Der andere haben sich uns angeschlossen. Das war heftig. Das war echt heftig. Ich hatte schon lange kein Lachflash mehr. Ich bräuchte noch bald wieder an. Nein, deswegen ziehe ich nach Hamburg. Da kriege ich mehr Lachflash als hier in Rheinland-Pfalz. Definitiv. So, wo waren wir stehen geblieben? Ah, ja. Ey, das ist Real Talk, Mann. Real Talk. Köln-Mittsommerfest am Schokoladenmuseum. Toll. Hätte ich das mal früher gewusst, wäre ich direkt losgefahren zum Schokoladenmuseum. Alter, das halt hier richtig jetzt, wo... Merke ich jetzt erst, wo ich am Reden bin. Das halt ja richtig hier, wo ich jetzt nicht mehr so viele Kartons hier drin stehen habe. Das ist Lehrer geworden, aber ich halte es viel mehr. Ech, ho. Krass. Höhö. Egal. Erzähl mir nicht, was von Real Talk... Äh... Erzähl mir nicht, was Real Talk ist. Du Butterbirne. Butterbirne? Das ist kein Real Talk. Und ich habe dir nicht erzählt, was Real Talk ist, sondern ich habe einfach gesagt, dass das Real Talk war. Das ist ein Unterschied. Du Apfelbirne. Was gibt Apfelbirnen? Ähm... Ja, Kölner Mittsommerfest. Am Schokoladenmuseum. Von... Äh? Vom 19.06. bis anschließend Sonntag, den 21.06. Also schon vorbei. Gute Mischung. Gäh? Hehe. Muss leider ausfallen. Haha, den Corona. Gibt keine Fests. Kein Mittsommerfest. Man darf zusammen tanzen. Corona hat alles... ...verschluckt. Sehr schade, oder? Okay, wir machen weiter. Wir müssen ja irgendwie mal weiterkommen, hier. Gibt es hier auch noch einen? Ah, wusste ich doch. Habe ich gleich gesehen. Hehe. Hehehe. A good Mischung. Oh. Und schon sind sie alle weg. Hier war so ein... ...Feuerhaini, ne? Hehehe. Oh, ich bin... Ah, man darf Geschlechtsverkehr haben. Das war auch Berührung. Alter, das ist wieder ein neuer. Ne, der ist nicht neu. Der ist nur blau. Oh my God. Ähm. Habe ich irgendwas, was Siegen-Damage macht? Echt gar nichts mehr sehe ich gerade. Alles eingesetzt. Okay. Dann... ...nutz mal das hier. Bei wem wirkt es? Bei zwei. Okay. Dann müssen wir zuerst mal den hier platt machen. Das ist ein Schlumpf. Der ist blau. Das ist ein Scheitschlumpf. Schlumpfgeil. Ach, was ist das? Vielleicht muss ich das jetzt mal weiter ankommen hier. Okay. 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 Werden die wieder normal, wenn ich auf die drauf springe? Ich werde erst mal den hier ausschalten. Okay. 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 Okay, wer könnte den treffen? Bomb, bomb oder was? Wir probieren es mal. Ah! Oh! Ich bin auch wieder draufgesprochen. Was? Idiot. Ach du Scheiße, der drei. Ey, das ist ja unfair. Okay, ähm. Gucken, ob wir die alle wegbomben. Wegbomben können. Oh, sieben sogar. Geilo. Yeah, boy. So muss es sein. Mein Kollege hat mir den zusammengestellt in meinem PC. Der hat 24 GB Rahmen. Alter, das ist ja mehr als ich habe. Ich habe nur 16. Krass. Hast du acht mehr? Heftig? Das ist ganz schön wenig. Das ist ganz schön wenig. Was für eine Grafikkarte, was für eine Festplatte, was für einen Prozessor. Tell me. Und was für ein Motherboard. Nee, sorry. 1.500 ist immer noch wenig. Also nein, das ist schon viel. Das ist auf jeden Fall. Ja, das ist schon gut. Ich vergesse mal, dass Laptops um einiges teurer sind, wenn sie in die Richtung gehen, was die Werte von, äh, von Computer haben. Von guten Computern. Mein Laptop hat ja 4.000 gekostet. Und der hat schlechtere Werte, als dein, äh, Rechner jetzt haben wird. Und das ist einfach krass. Weil es halt ein Laptop ist, der mobil ist. Deswegen muss er um einiges teurer sein. Weil auch, äh, die ganzen, weil auch einfach die, die, die ganzen, äh, Hardware einfach viel komprimierter ist. Und dadurch automatisch teurer wird. Und das finde ich einfach heftig. Weißt du, was ich meine? Weißt du, weißt du, weißt du? Do you know what I mean? Hey? Was, du hast dich gefragt, was da alles drin ist? Gibst du einfach blind das Geld hin und sagst, ja, ich will den haben, ohne zu wissen, was für Werte der hat? What? Oh, wie geil ist das denn? Oh! War ich hier schon? So, wir gehen hier weiter. Mein Auto ist in der Werkstatt und ich muss jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Ganze 15 Kilometer. Äh, hört sich ja scheiße an. Also da würde ich durchdrehen. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ich hasse Fahrradfahren, weil ich würde mit Inländer hinfahren. Und das würde Spaß machen. Natürlich würde ich dann immer verschwitzt bei der Arbeit ankommen, wenn ich so einen weiten Weg hätte. Das wäre natürlich richtig scheiße. Ähm, ich habe drei Punkte. Power Sprung. Nein. Ich glaube, ich nehme mal den Power Hauer. Hammer Wurf. Doppelgriff. H. Ich glaube, das könnte noch wichtig werden. Ja, genau deswegen. Alter, wenn ich das... Genau das wollte ich gerade sagen. Ich gucke mir da gerade an, wie die mit ihrem Tandem durch die Gegend fahren, ne? Und Florentin grüßt wirklich jeden, an dem die vorbeifahren. Die fahren mit einem Tandem, ne? Und das ist Hamburg. In Hamburg ist... Hamburger sind zwar nett, aber auch ein bisschen grumpy. Und in der Großstadt ist es einfach so, dass man nicht jeden grüßt, der auf der Straße umläuft. Aber Florentin, der kommt vom Dorf. Und der grüßt wirklich jeden, an dem die vorbeifahren. Und in Thielen meint jetzt einfach gerade mal zu dem... Da kannst du mal aufhören, jeden zu grüßen, hier an dem wir vorbeifahren. Und das ist genau richtig so. Man grüßt nicht jeden, den man trifft. Wenn man die Leute nicht kennt, dann grüßt man die auch nicht. Wie dumm ist das denn? Ich grüß auch nicht jeden, an dem ich vorbeilaufe. Ich ignoriere die Leute. Mich grüßt ja auch nicht jeder, der an mir vorbeiläuft. Was soll denn die Scheiße? Ich werde den auch komisch angucken. Kennen wir uns? Bist du eigentlich? Mann! Ja, weißt du was? Ich glaube, ich hole mir den PC nicht. Ist mir zu teuer. Alter, was? Was? Der ist doch nicht zu teuer. 1500 ist doch voll in Ordnung. Für einen richtig guten PC, der sogar bessere Werte hat als mein Laptop. Alter, damit wirst du alles streamen können. Damit wirst du das neue Assassin's Creed streamen können. Oder auch hier, Escape from Tarkov. Mein Bruder hat damit Probleme und der hat schon echt einen guten PC. Aber du wirst damit gar keine Probleme haben. Also, baller! Dann ist mein ganzer Monatslohn hin. Aber... Was? Hast du nichts gespart dafür? Man kauft sich keinen neuen PC, wenn man nichts dafür gespart hat. Ich kaufe mir auch nicht einfach einen PC, wenn ich gerade meinen Lohn bekommen habe und mein ganzer Lohn dafür dann weg ist. Dafür spart man erst und dann holt man sich was. So läuft das eigentlich normalerweise. Also, ich würde mir nur dann einen PC kaufen, wenn ich das Geld dafür habe. Aber wenn ich das Geld dafür nicht habe, dann würde ich es mir auch nicht kaufen. Und den Monatslohn... Ich könnte gar nicht meinen Monatslohn für irgendwas in der Art ausgeben, weil ich brauche meinen Monatslohn für Kredit, für Internet, für Handy, für Miete, für Lebensmittel, für Sprit, fürs Auto, Benzin... So funktioniert das nicht. Ja, ich spare ja gerade für ein neues Auto. Und dann wirst du deinen ganzen Monatslohn für den Laptop aus... für den Computer ausgeben, wenn du sowieso gerade für ein Auto sparst. Dann müsste eigentlich diese 1500 aufs Auto gehen als Spargeld und nicht dann für den Laptop... für den Rechner verballert werden. Das... das... das geht ja mal gar nicht. Ich verstehe. Ich verstehe die Logik einfach nicht. Das... das... das ich gerade mein Gehirn... Ankunft grüner Bahnhof. Willkommen am grünen Bahnhof. Like a set. Schon wieder. Okay, okay. Da. Flupp. Come here. Ja, ich hole mir erst später den PC. Ja gut, du wirst noch eine ganze Weile brauchen, bis du das Geld für ein Auto zusammen hast. Das später glaube ich... nicht. Ich glaube eher so... so irgendwann... In... in... keine Ahnung... einem Jahr. Ich war... Okay, ich kann nicht einschätzen, wie viel du verdienst und ob das schnell bei dir geht oder nicht. Aber... ähm... weiß ich nicht. wenn man für ein Auto spart, dann hat man nicht mal eben innerhalb von einem halben Jahr Geld zusammen für einen teuren Lab... äh... Rechner. Lab-Rechner. What did I do here? Oh, fuck. Hey. BÄM! 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 Hab dich in die Luft gejagt. Eis-Power. Bei mir geht es schnell. Ich... äh... Deal nehmen. Okay, dann solltest du keine Probleme haben. Läuft bei dir. Yo. Ah! Ich hasse es, wenn das passiert. Du hast kein Timing Das hat nicht nur mit dem Timing zu tun Das liegt eher daran Dadurch, dass es halt Papier ist Ist manchmal Das einfach so verschoben Dass ich haue hier, aber er steht hier hinten Und das kann man nicht genau einschätzen Ob man hier auf einer Höhe ist Oder ob man weiter vorne ist Weil dann treffe ich ihn nämlich nicht Das ist manchmal nicht ganz ersichtlich Das ist das Problem Ich hab Timing, ja Guck, jetzt hab ich's gerade noch so geschafft Weil er auch nah genug war Dass er auf meiner Höhe war Nur deswegen, immer diese Ausreden Ey, mein Ausbilder hat schon gesagt Etienne, du bist um keine Auslinke verreden Du hast für alles eine Ausrühe Nicht so Ja, Mann Es ist nämlich Skill And Skill means ill Und ich hab kein Timing Da war's Timing dahin Okay, es war auf jeden Fall das Falsche Wir gehen mal hier lang Ich muss erstmal rausfinden Was für ein Äh, was für eine Kombination das ist Bist du noch in der Ausbildung? Nein, schon seit 10 Jahren nicht mehr Ach du Äh, nee, Quatsch Seit 10 Jahren ist falsch Seit 9 Jahren Wir haben 2020, ja Ich hab 2011 meine Ausbildung abgeschlossen Seit 9 Jahren bin ich nicht mehr in der Ausbildung Wieso kann ich eigentlich jetzt nicht mehr nach vorne? Dem hat's noch geklappt Jetzt geht's nicht mehr Aber ich werde vielleicht bald wieder eine Ausbildung sein Wenn ich eine Umschulung mache Äh, das ist ja Ich glaube, ich weiß, wie das geht Äh, ich wusste es Ich hoffe, dass ich eine Was? Alle Farben? What? What is happening here? This is not normal I have to take this one That pounds Yes Kill them all Do it Mr. Professor Was willst du denn machen? Mediengestaltung in Bild und Ton Das ist mein Traum Und dann irgendwann vielleicht bei den Rocket Beans arbeiten Das wär nice Am besten als Moderator Einer meiner Träume Mein Kumpel hat schon ein paar Mal Äh, ein paar von den Rocket Beans im Kino getroffen So Etienne Gaudet Simon Kretschmer Nils Bohmhoff Und da hat sie sogar die Hand geben mit denen gequatscht Über zum Beispiel Äh, wie heißt dieser eine Film da? Jay und Silent Bob Der war jetzt auch ein neuer Film rausgekommen Vor ein paar Monaten Und er war im Kino Hat sich das mit Originalvertunung angeguckt Und die Rocket Beans waren halt auch da Und da hat er sich ein bisschen mit denen über den Film unterhalten Und ich denk so What? Du hast die gesehen? Du hast mit denen geredet? Er hat mir sogar Fotos gezeigt, wie er mit denen gemacht hat Und die sind halt extra für mich und ich so Uaaaaaaaaaaah Das war voll krass Ich fand mir richtig nice Tommy Also es ist nicht mein Traum die kennen zu lernen Sondern einfach mit denen zu arbeiten Weil ich das super nice find Ich gucke mir hier gerade auch die Rocket Beans an Weil ich die einfach so cool finde Und was die machen, ist einfach so geil und ich stehe hinter diesem Projekt und auch hinter dieser Idee, die die da machen und würde halt gerne dazu beitragen das ist halt das, was ich gerne machen würde und dazu muss ich beim Mediengestalter ein Bild und Ton sein also ich meine, ich weiß nicht, ob man sich einfach bei dem bewerben kann ohne irgendwas vorzulegen, weil das kann ich vorlegen, ich kann kochen ich kann mich nicht einfach in einer Gaming in einer Gaming-Firma also in einer Gaming-Stream Online-Plattform TV-Firma bewerben mit meiner Kochausbildung sie zeigen mir den Vorgang, kannst du dir irgendwas vorhelfen du hast gar nicht, du kannst nicht mit Kamera, Ton, Computer du bist ein kleiner Streamer mit keine Ahnung, 200 Follower und willst jetzt hier plötzlich bei uns Moderator sein also was meinst du, was die anderen vorbringen mussten, damit sie überhaupt hier anfangen durften und du kommst hier so und dann schickst du mich gleich wieder weg wo ich mir so denke, so nee, jetzt lass ich lieber bleiben äh Tommy Morgenstern Sprecher der Sprecher von ah, okay das ist der deutsche Sprecher von Son Goku verstehe und der ist sogar Sänger, krass das ist ja vor allem durch die Sprechrolle des Erwachsenen Son Goku in der Annesia Dragon Ball Z und als deutsche Stimme von Norman was? der hat die deutsche Stimme von Norman Reedus in The Walking Dead das ist mir gar nicht aufgefallen oh, dass mir das nicht aufgefallen ist krass heftig das ist mir nicht aufgefallen das hätte ich ja eigentlich direkt checken müssen er ist unter anderem die deutsche Feststimme von Chris Hemsworth krass und TG hätte ich auch nicht gedacht heftig das ist krass ok, weiter gehts was hab ich jetzt hier bekommen? ich hab gar nicht aufgepasst kacke item Geheimnotiz ok Start. Oh, das ist nice. Yay! Hab ich gewonnen? Oh mein Gott. Oh fuck. Was soll ich noch mal probieren? Ich will einen Stern haben. Oh nein. Ich mach mal hier weg. Ich hab mich aus dem Bildschirm gedreht. Habt ihr das gesehen? Oh. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Scheiße. Greedy Gremlin. Ja moin und da ist schon für den Umzug gepackt. Aber sowas von mein Zimmer ist schon fast leer. Alle Körpers habe ich jetzt mal rausgepackt, damit ich morgen anfangen kann, ganzen Schränke und Möbel auseinanderzubauen. Was aber auch für heißt für euch, dass ich jetzt ab, dass es der letzte Stream für diese Woche ist und ich erst ab nächste Woche Dienstag wahrscheinlich wieder am Start bin mit Streamen, weil ich muss morgen mein Setup abbauen und auch mein Schreibtisch auseinanderbauen. Das heißt, ich werde morgen nicht mehr streamen und auch das ganze Wochenende nicht. Nur so schon mal für euch als Hinweis. Meint, der spricht sogar in Detektiv Conan. Echt? Krass. Finde ich ja super. Finde ich wirklich super. Also er spricht wirklich viele Rollen. Ja moin. Oh, da ist schon... Und ein ganz... Alles verpackt. Alle Pokémon, Karten, Displays, Booster, Collections, ist alles eingepackt. Alles! Okay, ich muss die alle auf einmal besiegen. Ich muss erst mal den da hinten ausschalten, ne? Das war so schlecht. Nope. Au! Nein, nicht springen! Oh mein Gott. Oh, abgewehrt. Der heizt sich wieder, ist mir egal. Wie hast du Pikachu in seinen Ball bekommen? Pikachu? Da war kein Pikachu. Mir ist ziemlich sicher, dass ich kein Pikachu im Hintergrund sitzen habe. Das ist ein Mimikma, kein Pikachu. Und das ist immer noch da. Das wollte ich nicht in den Ball, wie du siehst. Das ist immer noch hier. Das wollte einfach nicht in den Ball, deswegen muss es halt so mitkommen. Ne Mimikma, schaffen wir schon alles. Braves Mimikma. Hehe. Der Typ ist eine Legende. Okay, also, wir machen das so. Erdbeben, was geben. Yes. Bams. Zack. Und dann machen wir natürlich äh, Bombelino. Ich muss ganz hochkommen, ich muss ganz hochkommen, ich muss ganz hochkommen. Ja man, wir haben sie ausgelöscht! Und da kommt er. Nix da. Ja, ich kann den jetzt gar nicht angreifen, ne? Wenn ich auf den drauf springen. Kannst du irgendwas machen? Auch nicht. Scheiße. Mitglied wechseln? Das geht doch nicht anders. Der kriegt jetzt von mir erstmal so richtig eine Klatsche, ne? Der Typ ist eine Legende. Der ist Sänger. Hätte ich nicht gedacht. Das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Der hat sich wieder regeneriert, so ein Drecksack. Ähm. Kann ich irgendwas machen? Nein. Nichts tun. Geht auch nicht anders. Boah, Feigensalat! Ist das auf Wii U? Yep. Das ist richtig. Das ist auf Wii U. Da hat sie schon wieder. Aber irgendwann haben wir ihn. Irgendwann haben wir ihn. Der heißt nicht wirklich Buu, der Geist. Doch, leider schon. Ich hätte ja... Äh? Was war das? Hätte jemand irgendwas auf mich draufgeworfen? Von wo kam das? Hallo Zuschauer, ihr könntet einfach Sachen auf mich draufwerfen. So geht das nicht. Es geht erst ab dem zweiten Teil. Ach, übrigens. Ach, ich hab's schon eingepackt. Ich hab... Heute ist Paper Mario die Länge von Eonentor angekommen. Bei mir. Für die, äh... Gamecube. Kann ich aber leider nicht streamen, weil ich hab keinen Adapter für Skat auf HDMI. Weil die Gamecube ist so alt, die hat noch keinen HDMI-Anschluss, sondern nur Skat. Aber das kriegen wir auch hin. Ja, für mich wäre eigentlich... Ich hätte es geiler gefunden, wenn sie heißt irgendwie Lady Buu oder, äh... Buu Lina oder... äh... Buu... Ella oder was auch immer. Oder Blue Bella, was ist ich? Aber die hat einfach nur Buu. Äh, nice. Bereite dich auf die Switch vor. Das hab ich doch gerade gesagt. Dass ich den Adapter nicht habe. Von Skat auf HDMI. Den muss ich mir erst holen. Döhm, döhm, döhm. Keine Links. Äh, und was war das andere, was du noch geschrieben hattest? Das heißt, ich hab doch schon so oft gestreamt, äh, mit der Switch. Ich hab doch ne Switch. Ich hab alle Konsolen. Was meinst du, wie ich immer, äh, Pokémon oder, äh, Animal Cursing spiele? Mit der Switch? Ich hab sogar zwei. Ich hab einmal die normale Switch, also die ältere Version, und einmal die neuere, äh, Special Edition, äh, Animal Cursing. Aber die hab ich noch reingepackt. Das war kein Link. Aber es sah aus wie ein Link. Vielleicht hast du irgendwie einen Punkt gesetzt oder sowas. Passiert ab und zu mal. Blubella ist eine Marke für Unterwäsche auf Eis.de. Doch, du hast Eis.de ist ein Link. Ja, du hast halt einen Punkt dazwischen gesetzt und dementsprechend ist es ein Link. Und Blubella ist halt auch ein Pokémon, ne? Das darf man auch nicht vergessen. That's right. Äh, okay. Wir können wieder springen. Es wurde uns zurückgeworfen. Ah, das war der Schuh, der wieder zurückgekommen ist. Dankeschön, Jury, äh, Zuschauer, Audience, wer auch immer das war. Dankeschön an euch. Ihr habt's wieder zurückgeworfen. Also, wie gesagt, ich bereite mich nicht auf die Switch vor, weil die hab ich schon lange. Ich hab alle Konsolen, was, äh, Nintendo angeht. Und ich werd immer alles haben. So, wir springen auf ihn drauf. Äh, was bist du denn? Oh. Bounce! Sowas von gekillt hab ich den. Das kann man auch Geschlechtsverkehrsspielzeug kaufen. Das ist richtig. Man weiß, wer den Namen von wem genommen hat. Ich weiß nicht, äh, gab's zuerst Blue Bella bei Pokémon oder bei IC? Das ist eine gute Frage. Guck mal, hier ist Feuer. Feuerblume. Feuerblume. Ich weiß, ich muss gerade angucken. Ich weiß, was hier passiert. Okay, wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Komm schon, bring mich da rüber! Nice! Oh, das war unfair. Kaufen. Es ist halb zehn. Hä? Was? Ja, es ist halb zehn. Das ist richtig. Was sagt uns das? Ich weiß, ich weiß. Wenn ich jetzt mal rein. Ich weiß, was hierher Annascharin. Wo ist jetzt ja, was hierher? Ja, ich weiß, was hierher? Du bist das ist, wenn, was hierher? Ja, dass ihr zankt. Tuna j ornamentaliert. Das sind unfriedliche Wörter. Die werden hier nicht verwendet. Brüste kneten. Goku, was schreibst du hier wieder für Sachen rein? Böse, böse sei ich dazu nur. Nicht in diesem Ton. Super Soda. Dankeschön. Brettfahrer. Blubella da bestellen. Jetzt müssen wir erst mal wissen, was Blubella überhaupt ist. Wir müssen jetzt erstmal hier raus. Zeit, wieder zurück. Gucken wir doch mal, was Blubella ist bei ISD. Ui. Immer die Sachen, die man kostenlos bekommt. Ey, es gibt sogar einen Druckwellen-Vibrator. Kostenlos. Ab in die Kiste. Was ist normalerweise 60? Das kann ich gar nicht glauben. Ist doch gelogen. Blubella. Blubella. Blubella gibt es hier. Bella Teddy gibt es hier. Da gibt es keinen Blubella. Kein Blubella. Ich habe nachgeguckt. Was gibt es denn sonst noch so alles? Also wenn ihr wieder alles kostenlos bekommt, wenn man immer da bestellt, kann die ganzen Sachen, die kostenlos sind, halt mit in die Kiste reinpacken und kriegt die dann kostenlos mit dazu. Das ist wieder typisch, ne? Was gibt es noch? Das gibt es kostenlos. Mal sehen. Insgesamt einen Wert von 60. 65. 75. 85. 100. 110. 110, 110, 110. 110. 110 Euro kriegt man im Wert von 110 Euro kriegt man Sachen umsonst geschenkt, wenn man da was bestellt. Krass, oder? Das ist wie QVC. Unterwäsche. Ja, vielleicht wird es anders geschrieben. Okay, das ist schon wieder zu viel. Ich bin raus. Oh, da waren wir schon. So, geht jetzt weiter hier. Wir beschäftigen uns nicht weiter mit Ice-Dee. So, dann müssen wir auf jeden Fall mal wieder zurück. Timing! Genau mein Ding! Woo! Ernst. Das gefällt euch, ehrlich. Lacht sich jemand im Hintergrund schlapp. Hihihihihi. Ja, muss ich ja mal nachgucken, ne? Muss man ja mal nachgucken. Blue Bella, Blue Bella. Chaos. Ach, äh, Leute. Ich bin da ziemlich abgehellt, was es angeht. So Dessou-Kleidung und generell so, äh, Sexspielzeug und sowas. Meine Schwester hat bei, äh, Ice-Dee beim, äh, im Online-Shop gearbeitet. Dementsprechend, weil er sich da alles umsonst bekommen hat, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was, Ice-Dee? Wie heißt der andere? Was kommt da raus? Ey, das ist ja unfair. Wie die Zocke auf Eis stöbern gehen. Ach so, ja, da bist du abgebrüht. Ja, definitiv. Ach, komm, ich mach's immer wieder, ey. Ich sollte jetzt vielleicht mal wechseln. Dann irgendwann ist mein Timing auch wieder weg. Oh, dann hab ich ein Problem. Nein, 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 nein. It's me. Mario. Okay, äh. Nimm Boo. Boo-Lina. Mrs. Boo nennen wir sie einfach Mrs. Boo. Wow. Ich will dreimal Stern haben. Gar nichts. Okay. Ähm, ja, hab ich gesehen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich, äh, bin generell von League of Legends, äh, ich kenne mich mit dem Genre gar nicht aus, wenn ich ehrlich bin. Dementsprechend kann ich dazu gar nichts sagen. Oh nein. Ey, das werden wir merken. Wieso sind die so schnell und ich bin so langsam? Das ist voll unfair. Äh, das war auch das erste, was ich gedacht habe, ey. So ein Schraffalm. Es sieht nicht mal hübsch aus. Es sieht kein bisschen hübsch aus. Ich war echt enttäuscht, dass sie auch nur davon die ganze Zeit geschrafelt haben. Alle haben sich, äh, darauf gefreut, äh, ein neues, äh, Remake zu sehen. Reboot von irgendeiner Edition. Was ist? Einfach mal gar nichts. Die sollten lieber so mit Pokémon weitermachen. Ja, wie, nein, ich habe ja gedacht, dass die vielleicht, ähm, Pearl and Diamond rebooten, aber das haben sie ja auch nicht gemacht. Das ist echt schade, finde. Da sind die Falschen zwischen den beiden. Da sind die Menschen zwischen den beiden. Nein! Alle hoffen auf einen Remake. Ja, aber das wurde halt kein Remake. Das ist Paracans. Die gibt richtig dolle Ohrfeigen. Ist so. Dann müssen wir mal Ohrfeigensalat. Richtig gut. Los! Mr. Spoo, zeig dein Ohrfeigen Salat. Spulina. Ich mag die. Deswegen mag ich wahrscheinlich auch Barbara aus dem zweiten Teil, weil die auch so nun quasi eine Hexe-Geist ist und auch, äh, Duplex-Heat benutzt. Wie die Frau da kommt. Eines könnt ihr gerne sehen. Das ist vorderlich. Boiski. Boiski, Boiski. Boiski. Einmal mach ich noch. Und wenn dann wieder, äh, welche von denen kommen, dann geh ich zurück. Oh, yeah. Alle bekommen. Like a boss. Ja, das ist typisch. Jetzt kommt da einer, oder? Ja, zwei. Okay, das war es für mich. Kein Bock mehr. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, aber wir müssen ja sowieso erst mal wieder zurück. Oh, like a Pringle. Pringle-ling-ling-ling-ling. Pringle-ling-ling. Ich wollte gar nicht zum Pänken. Pringle-ling. Pringle-ling. Ach so, nächste Woche soll auch Brewster bei AC ankommen. Boah, mir ist langweilig. Falls du noch AC spielst, tue ich auf jeden Fall. Wird noch gespielt. Ja, gut zu wissen, aber ich spiele ja sowieso erst wieder ab nächster Woche, weil heute der letzte Team ist und morgen muss ich mein Setup abbauen wegen dem Umzug. Das heißt, ich bin erst wieder ab Dienstag da online. So, sozusagen. So, um. So, um. anseinanderbauen. Ich habe einen Akkubohrer, der liegt da hinten. Damit man einfach zzzzzzt und alles, sondern man fällt quasi auseinander. Krieg ich schon hin. Aber danke. Danke, danke. So, einmal das. Ich wünsche dir einen guten Umzug. Dann sieht man sich in zwei Wochen Viel Glück, toi toi toi. Vielen Dank und ich wünsche dir noch einen angenehmen Abend. Danke, dass du im Stream warst und bis nächste Woche dann. Ist ja voll geladen. Guter Einwand. Ich muss ja mal anschließen. Ich glaube nämlich nicht. Ich schließe mal gerade an. Ich glaube, irgendwo noch eine Steckdose. Ich schließe mal gerade an. Dankeschön, Goku. Dass es mit der Morgen auch vollgeladen ist, werde ich mal jetzt anschließen über Nacht. Untere Hälfte. Übrigens habe ich mir versprochen. Ich meinte natürlich nicht Akku-Bohrer, sondern Akku-Schraube. Ja. Am Ende stehst du mit dem Akku da. Ja, ist so. Das wäre fatal. Fatality. So, ich muss in irgendeine Bücherei. Ich weiß gar nicht, wo die Bücherei ist. Aber ich werde sie wohl finden. Was habe ich denn noch? Irgendeine kluge Person. Ich muss in die Bibliothek. Hm. 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 ich mache mir jetzt einen kopf macht mir mal einen kopf ich mache meinen kopf wenn ich fertig und streamen bin da ist er ok wird immer wieder zurück oder nicht muss ja noch da war irgendwo ein haus macht ihr mal einen kopf das hört sich auch krass an ich mache mir jetzt einen kopf was willst du jetzt ein bon rauchen wollen aber nein es ist nur shisha ich kann euch beruhigen leute er will nur shisha rauchen alles wird gut keiner die durchdrehen alle alles in ordnung hier so was denn hier in der bibliothek brauchst du wieder eiskaktus ich habe eiskaktus mehr gemacht und auch wami chill oder was war das andere irgendwas anderes mit melone jedenfalls was hatte der gesagt was muss ich hier machen blau bär Minze. Ich habe noch Goku und ich habe heute Mittag habe ich Eisbombe, also Eisbonbon Ich habe noch Tropical Amazon, Kakarot, Road 66, aber das ist ja Erdbeere mit Minze, da muss man Bock drauf haben, ich kann das nicht so gut rauchen, obwohl das auf Platz 1 ist Ich habe noch ein bisschen Aquamenta, was ist das, Aquabluberry und dann habe ich hier Oriental Nana, das ist aber einfach nur Minze Das ist aber auch krass, schick mir mal Kakao drüber Irgendwas war doch hier mit dem drehenden Haus, na ne, von dem drehenden Haus Was hat man ja nochmal gesagt? Jetzt dreht der Haus in einem Kreislaufen oder so, ach ne, Quatsch Dreimal wirbeln Jetzt dreht der Haus in einem Kreislaufen oder so, ach ne, die weil ich irgendwas mit dem wirbel dreimal durchführen und springen auch man ich weiß es nicht mehr ist es definitiv da drin drachenfurt, klimett, orange, ja es ist wirklich gut was solltest du machen das ist wirklich gut so 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 Einmal. Einmal ist auch hier ein Teil. hier bestimmt ja an dem hersteller an den hersteller ich küsse seine augen ist so ist so ich bin sofort wieder da ich muss mal gerade auf toilette be right back ich bin sofort wieder da ich bin sofort wieder da ich bin sofort wieder da ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 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 eine Nine fünf boom Boom, 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 boom Nein, ich brauche... Nein! Oh, das ist der Schnellwechsel-Orden. Ich hätte keine Ahnung, dass ein so nützliches Orden auf meine Speicher war. Du solltest diesen Orden anlegen. Ja, wenn ich dafür Punkte habe, lege ich ihn noch an. Bei der Schnellwechsel-Orden kann ich schnell wechseln, ohne dass ich dafür eine Runde verloren gehe. Das ist natürlich richtig geil, ne? Ich kann nochmal dran vorbei, ne? Vier! Ja! Ähm... Ähm... Der weg. Den Multisprung setzt ich eigentlich auch nicht ein, also auch nicht. So, dann schnell wechseln. Zack! Oh no! Anschließen! 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 Ach egal! Ich wollte sowieso Shisha rauchen. Ja, aber Shisha rauchen und weiter gucken ist natürlich das geilste überhaupt. Aber du hast gar keinen richtigen PC, an dem du quasi den Stream gucken kannst. Guckst du mal auf deinem Handy, oder? Kannst du das nicht anschließen? Ich will auch Shisha rauchen. Ich will mich dann schon... Ach, scheiße! Schon wieder zwei Stunden. Und wir haben schon 10 Uhr. Okay, wir machen noch das Kapitel 4, den Endgegner in der Box. Und, ähm... Danach werde ich dann auch aufgeben, weil ich habe auch Bock, noch eine Shisha zu rauchen. Dann werde ich dann gleich anmachen und schön in Ruhe weiter Dark die Serie auf Netflix, die deutsche Produktion weiter gucken. Ziemlich echt gut mit Zeitreisen. Ich kann auch über PS4 schauen. Das ist ja auch voll unständlich, denke ich. Das ist ja nervig. Ich glaube schon nervig, das Ganze. Bin ich schlafen gegangen? Ja, oder? Ja. So, da wären wir wieder. Ich mach mal einen Zwischenspeicher. Jetzt haben wir wieder Zeit dafür. Das ist ja... Okay. Äh... Ich möchte in den Grünen anrufen. Pintele. Das ist ja wieder, vier Stunden, zwei Minuten und sechs Sekunden. Uiuiui Wir müssen auf jeden Fall dieses Kapitel heute noch abschließen damit wir auch rechtzeitig fans werden bevor dann immer wieder Mario sich laxiert wird Der ist schon so ein bisschen lieber dran Nicht nachhängen So, der Heldere Grün Naja, ich fange gleich auf die Ömmel So, also wir fangen an mit Gerob Gelb Grün Road Und Blue Und was kommt dabei raus? Telling Dark ist eine geile Serie Ja, ich habe gerade damit angefangen Ich bin jetzt quasi bei Episode 5 oder 6 Und ich muss echt sagen, wow Hut ab, wirklich Hut ab, wie geil das ist Hätte ich nicht gedacht für eine deutsche Produktion Ich muss aber hier einmal zum roten warten Ich glaube das ist der letzte, oder? Ja, zum roten, klar Ich habe immer, ich denke immer so, ach deutsche Produktion, das kann ja nicht sein Aber Dark ist wirklich, wirklich gut für deutsche Produktion Und ich mag Zeitreisen Äh, Serien sowieso Aber jetzt habe ich alles schon gesagt Ich wiederhole mich nur wieder Sorry So, das war der letzte Bahnhof, ne? Der rote ist glaube ich der letzte Oh, direkt hier vor mir Hey Wo hast du? So, gibt es hier noch was zum... Hier geht es nochmal da Oh, hier kommt es jetzt auf jeden Fall zum Ende, ne? Das ist schon mal sehr nice Dass ich heute hier einmal einen Zwischensprecher machen Also zwei Zwischensprecher Einmal den normalen Speicher Einmal den, ähm Den real Speicher Den Speicherpunkt erstellen Safe Point It's called Toodledip So, dann haben wir das Dann haben wir es hier ist nichts mehr Äh, geht es hier eigentlich noch dran? Ja, da geht es lang Aber da ist wahrscheinlich so, ähm Storymäßig geht es da weiter Aber wir wollen erstmal hier lang Und was es hier noch so gibt Oh, ha, 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 nein! Da war es wieder, ey Wallah, wer lag Aber wir haben ja einen neuen Trick gewährt Wir lernen einen neuen Trick Es ist dieser Wir gehen wechseln Wechseln zu Bombettos Und die darf ihn direkt angreifen Geil, oder? Und macht den Powerangriff Alle weg Bam! Instant! Boot! Wie lange dauert es bei dir mit den Kohlen Äh, fünf Minuten oder so? Ich muss doch grad meinen Roller ein bisschen runter machen Aber ich will mir auf jeden Fall einen neuen Grill holen Du als Shisha-Kenner kannst du mir doch sagen Ich will mir einen von den beiden neuen Grillen holen, die es jetzt aktuell gibt Es gibt einmal den Whirlpool-Grill Und einmal den Toaster-Grill Welcher ist besser? Was sagst du? Also ich tendiere ja eigentlich eher zu dem Whirlpool Aber ich hab gehört, dass der Toaster auch gut sein soll Ne, ich brauch keinen Kohleanzünder Also ich hatte eigentlich immer diesen Camping-Grill Wo man die einfach auf die Stäbe drauf legt Und dann muss man die einmal drehen Und dann sind die fertig Aber der Whirlpool-Grill ist natürlich von allen Seiten sofort so, dass es wahrscheinlich noch schneller geht Und der Toaster-Grill ist natürlich auch von beiden Seiten so, dass es halt relativ schnell geht Aber ich weiß es halt noch nicht, welchen von beiden ich holen soll Ich kann die online bestellen Aber ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll What do you say, my friend? Fangen wir mal hier hoch Wir werden mal hier wieder wechseln zu meiner Lieblings-Boo-Dame Den Whirlpool, ja, zu dem tendiere ich auch Ey, wieso ist der nicht da drauf gelandet? Dafuka Let's get up again No, no, no Alter, diese Papierscheiße Ey, hier ist der Strick von daneben Weil man einfach nicht einschätzen kann, ob man vorne oder hinten ist So Also ich hab den Toaster-Grill Der geht so Okay, dann werde ich den Whirlpool nehmen Wenn du sagst, der geht so, das hört sich ja nicht so cool an So, was geht hier noch? Hä? Ich dachte aber, hä, kann ich jetzt nicht weiter hoch? Oh, scheiße Oh, scheiße Wo ist... Ach, egal Spion könnte ich raus machen, aber dann könnte ich trotzdem nicht diesen Ice-Power ausrüsten Dafür müsste der Speedwirbel auch weg und den mach ich nicht weg Den mach ich nicht weg Den mach ich nicht weg Ne, ne, den mach ich nicht weg Ne, 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 ne Mach ich immer so Weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Ich hab halt diesen Trick, den ich immer gerne anwende Der sieht so aus One Two Three Four Und dann wechsle ich schnell wieder Bombettos ein Und Dini Mach den Rest So, wechseln Mitglied Und Bombettos Die haben super Explosionsbomb angerufen Und sofort instant alle Bands Versteht ihr? So, wir haben es ja fast Hier noch ein Level abmachen Was ist hier drin? Ist da wieder was in der Mitte? Ja, aber ja, klar Es war nicht klar Hui Wie ich über den falschen Knopf drücke, ey Wie dumm ist denn das? Weißt du? Ne Nicht dein Ernst, oder? Da kann ich ja eigentlich gar keinen mehr upgraden Ja Ja Also muss ich erst den neuen kriegen Mhhhhh Aber den krieg ich ja jetzt gleich Also wahrscheinlich jetzt Weil ich komm jetzt schon zum Endgegner Wo bleibt eigentlich mein neuer Mitstreiter Mein neuer Mate Kann ja wohl nicht sein Ich spreche mal ab Weil der müsste ja jetzt kommen Eigentlich Alle Jemand ist gekommen Jemand ist hier im Dunkel Oh, kann es denn sein? Hui, ist es Mario? Jetzt bist du mein Mario. Lass dich nie mehr gehen. Ich werde mich ganz rasch um dich kümmern und dann wieder in die Dunkelheit zurückkehren. Alter, was hast du da für eine Lampe? Die sieht cool aus. Kann man die kaputt machen? Ich hasse das nicht. Deswegen nehme ich dich mit in die Tiefe. Und die Fensternis. Warte, ich muss erst mal abchecken, was der überhaupt kann. Mario, it's your turn. Ah, ich kann den nicht scannen. Toll. Kann nur. Okay. Das wird heller. Vielleicht mit dem Hammer? Aua, das Licht, das ist so hell. Das ist nicht gut hier. Dunkler und dunkler. Ey! Toll. Ich hole mir einen Glaskohleanzünder. Glaskohleanzünder? Glaskohleanzünder. No, ich kenne mir das. Gut. Ehm... Es gibt moderne Gaskampingkocher für Gaskartuschen. Meinst du Gas oder Glas? Ach ne, Gaskohle. Ich hab Glas gelesen. Keine Ahnung, nicht gar. Ja, diese Gaskartuschen sind natürlich auch extrem teuer. Aber ich vergesse nicht, ich kenne die von der Gastronomie. Die Gaskartuschen. Die sind wirklich ein bisschen teuer. Deswegen nehme ich lieber diesen Grill. Diesen Wallpool. Da ist er doch. Ich muss mich holen, Korb. Ich muss mich holen,' das ist ein bisschen teuer. Ich muss mich holen, Korb. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mich holen, Korb. Ich muss mich holen, Korb. Ich muss mich holen, Korb. Das ist viel zuhör. Ich muss mich hier aus. wie viel kostet also bei meinem laden kostet der 24 euro 1 habe ich noch mal online geguckt und da habe ich den gefunden für weniger also für 17 oder 12 90 also der im internet bestellen ist der billiger hier haben wir den kohle an diesen grill kohle anzünder diesen diesen toaster der kostet hier 24 euro dann habe ich hier den shisha anzünder elektrisch fire tower 3.0 kohle anzünder mit extra langen kabel abnehmerkorb und zwei zangen also hier 42 euro ist natürlich viel geld in meinem hier ist für 24 80 ist der hier einmal auf dem grillherd tragegrill bla 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 hier für 29 euro der sieht natürlich auch nice aus von zanabak was ist laut die spinnen ja ich gucke gerade bei amazon was es da so gibt was auf keiner bestimmten seite nur um informations zu holen dann hier ist der e hater für 16 euro 77 ist natürlich preis leistungen weiß ich nicht hier für 25 dasselbe ding wäre aber auch am montag da gratis einen tag lieferung an die wer morgen schon da wenn ich jetzt bestelle für 25 euro mal gucken was hier so steht 13 in einem multifunktion ach da genau das ist der wo man direkt die kohle aus dem aus dem grill in mit dem sieb rausnehmen kann und so quasi direkt in der hand hat das ist schon nice mit abziehbarer und multifunktionsgriff schon fett von mir für 21 euro 90 hitzeplatte also es gibt wirklich viel und hier ist dieser deluxe genau der ist geil deluxe helix elektrische kohleanzünder prima prima für shisha kohle naturkohle 36 euro 90 würde ich ausgeben weil er sieht echt nice aus wo es auch wieder nur so hitze stäbe sind ich weiß es noch nicht ich muss noch mal gucken was hat wieder von shizu der kohle toaster was haben wir denn hier rapid weil grillen mit kohle anzünden 21 euro haben wir hier ja gut so eine mittel mit gaskartusche kosten auch halt nur 25 euro aber die gaskartusche ist halt extrem teuer ich muss mal gucken ich bin mir nicht sicher welche nicht holen soll wir zocken jetzt erst mal weiter boah du hältst mich auf nicht mal wasser konnte ich auffüllen sorry mach erst mal ich dachte du bist schon längst am shisha rauchen tu mal tue mal dinge allen port ich bin nicht allen port das ist los ich krieg hier e-mails die nicht auf deutsch sind wo der ist gut das ist von oder an allen port ich weiß es nicht allen port steht hier kein betreff ich mach mal auf von allen port allen sommer at gamex.net allen sommer an von allen port an allen sommer e punkt e port at gamex.net ich bin enttäuscht traurig wütend auf t weil wenn sie nicht kriegt was sie will sie ihre wut öffentlich raus der ist brief an alle worker außer ingrid abwechselnd letztende kinder betreuen nur zeit mitteilen weiter worken ohne sie und demitieren öffentlich verurteilen negativ hinstellen sie scheinbar scheinheilig vorgibt die öffentliche an alle geschrieben zu haben weil sie nicht das ist für ein müll ich lösche das gleich kein bock ist alles zu lesen ist zu viel nein was haben wir hier wieder irgendeine keine ahnung ne ausländische reservecheck was ich nicht lesen kann das war wahrscheinlich spanisch oder italienisch keine ahnung aber scheint irgendwie buchung zu sein für top cars und ich krieg dafür direkt eine e mail adresse also ich das wird auf meine adresse geschickt warum kann es nicht mal lesen auch weg nicht so machen wir machen weiter Okay, ähm... Okay, wie kriegt denn jetzt natürlich schnell... Ja, aber einfach. Guck ja, das ist nichts. Und jetzt kommt, äh, nochmal wieder natürlich Puh. Okay, äh, Rohrfeigen-Salat, ne? Nein, 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 nein. Hier muss es heller werden. Ich hoffe, das sieht dann jetzt schon wieder. Hey! Das ist so typisch. Toll. Und ich habe natürlich keine Blütenpunkte mehr. Kacke. So. Au! Alter, was ist mit dir los? Springt er mir einfach auf den Kopf. Okay, ich bin jetzt noch mal hier Ich bin jetzt noch mal hier Ich bin jetzt noch mal auf BAMS Ähm Macht's aber auch damage hier? Ja, mach ich Oh Au Mal wieder Ah Ja So, Stratzengeballer hier. Stirb jetzt endlich mal. Immer noch nicht. Ich weiß nicht, dass ich da ausführe. Ich weiß das nicht. Shit. Bäm, 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 bäm. Und sie ist wieder weg. Ich bin fast dead. Ja, der hat richtig... Jetzt ist er weg. Ach, endlich. Puh, level up, oder? Nee, noch nicht ganz. Verdammt. Mir fehlen noch genau sechs. Ja, der hat echt viel Leben gehabt. Muss ich sagen. Aber wir haben ihn besiegt. Nein! Und was ist da in dieser Laterne drin? Hä? 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 Mach kaputt. Oh, it's so cute. Guck dir euch an. Hm? Hm? Hihihi. Ja, ich bin frei. Ich bin so froh. Danke, Herr Schnauzbart. Hm, hm. Der ist so cute. Hey, bist du nicht, äh, Mario? Du hast mich gerettet wie ein Held. Du bist doch ein Held, oder? Du bist der Coolste. Du hast mich vor den bösen... Ui, 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 Kerl gerettet. Das ist ein Film-Name. Haha, Herr Schnauzer. Herr Schnauzbart. Ja, that's me. Ich bin... Der redet mit mir. Ich bin der Herr Schnauzbart. It's me, Mario. You know? Das werde ich dir nie vergessen. Ich gehe mit dir, Mario, okay? Ich habe gehört, wie die, äh, Shy Guys sagten, dass du versuchst, Prinzessin Peach vor Bowser zu retten. Du bist super toll. Ich bin der Größ... Äh, du bist der Größte. Ich glaube, du bist der Beste. Deswegen, äh, möchte ich dir helfen. Ich werde auch brav sein. Ehrlich. Oh, wie süß. Watt gehört zum Team. Ah, genau. Watt hieß der. Drücke, um die Umgebung zu erhellen. So werden auch unsichtbare Blöcke ans Licht gebracht. Oder mit Powershock lähmen. Okay. Okay. Oh, ganz schön dunkel hier. Irgendwie mag ich die Dunkelheit. Aber, äh, jetzt kann ich dir beweisen, wie hilfreich ich sein kann, okay? Setz meine... Setz meine Kräfte ein. Okay, ja, 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 ich setz. Ja, gut. Ähm. Ich kann springen. Ich kann nicht schnell laufen. Das ist natürlich schade. Okay, wir gehen wieder raus. Sehr gut. Ach, man, die kann ich sonst nicht sehen. Okay. Oh, der ist so... So cute. Ich will den die ganze Zeit tragen. Ich will dich knuddeln. Ops. Hör. Gleich, ich muss mit dem da hoch. Oh, ich hab was vergessen. Rauch. Para-Carry. Carry mich. Yeah, carry mich da rüber. Oh, yeah. Ich hab doch einen. Mein Lieblings... Neben... Äh, Boo ist... Äh, Wat auch einer meiner Lieblings... Äh... Mates. Party-Members. Ist das eine Sie? Warte mal. Zack. Damit kann einer deiner Freunde aufgestuft werden. Welcher Mitschretter? Alter. Dieser Mitschretter hat bereits den Super-Rang. Hat, hat, hat. Hier. Sie erlernt Turbolader. Mario gewinnt Kraft ohne Ende. Sie. Es ist eine Sie. Oh, süß. Es ist eine kleine Sie. Oh, sweet. Yes. Super-Rang. Oh, gerade so. Aha. Nice. Oh, das macht's. Nee, ich auch nicht. Okay, wir werden uns jetzt nochmal heilen. Und gehen dann jetzt zum Endgegner, weil den müssen wir ja noch machen. 21,5 Stunden ist in Ordnung. Ähm, ja. Machen wir mal den hier. Erstellen. Jetzt ist schon halb elf. That's right. Wieso musst du früh schlafen gehen, oder was? Musst du morgen früh... Raus? Ich nicht. Jo. Wahnsinn. Wie die Zeit vergeht, meinst du? Das wird weggebombt. Und ich muss morgen gar nicht arbeiten. Bäm. Ich bin da oben, oder? Ich bin da oben, oder? Alter, wie die schreien. Wie geil. Andershin gefallen. Lauf! Los, steh auf. Also, ich bin freigestellt für die restliche Zeit. So, wie komme ich da jetzt am besten hin? Ah, stimmt, wegen dem Unzug. That's right. Da ist ein bisschen Freiheit-Event. Wie komme ich denn jetzt da hin? Aber ich habe nach unten gedrückt. Komme ich denn da jetzt dran? Ich weiß wie. Ich habe es gerade herausgefunden. Mal nicht ganz schrauben. So. Und dann mit Kuppi. Haha. Und das ist badass Sternstoppenhage. Oh, ja. Weg damit. Weg! Ich bin natürlich jetzt wieder auf Watt, weil ich muss ja mal ausprobieren, dass Watt überhaupt kann. What can do what? Bämst! Hahaha! Oh, nein. Die ganze Bagage. Das ist euer Ernst. Oh, Sternstoppenhage, ne? Direkt mal einsetzen. Bäm! Einer weg. Ähm. Bounce! Wasser schiefahren auf dem Kurfürstendamm. Wir wollen Wasser schiefahren. Auf dem Kurfürstendamm. Wir wollen nanananana, na, 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 Wasser schiefahren. Das war schon wieder mit dem Moin Moin. Ich fand das alte Opening von Rocket Beans moin moin geil. Dann Cardenata. Äh, ach so. Ja. Jetzt sind wir so gegen hier. Gucken wir, dass der an Elektro wie umgeht, die verteidigen und greift. 4. Ist in Ordnung, oder? Du hast der Mikro nicht verlinkt. Ne, stimmt. Du meinst die HyperX? Die ist auch dieses neueste Item, was ich hier drin habe. Deswegen ist die, glaube ich, nicht verlinkt. Du musst dich noch nachtragen, hast du recht. Level Up! Das ist natürlich okay. Alter, ich habe nach unten gedrückt. Wie viel kostet das Mikro? Oh, ich habe es im Angebot gekauft. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe nur 120 oder so bezahlt dafür. Ich kann wieder nichts schreiben. Und Internet ist auch schon wieder am Arsch. Da ist es doch. Die kostet aktuell 140 Euro. Ich glaube, ich habe, wenn die... Ich weiß nicht, ob die damals auch schon 140 gekostet hat. Dann habe ich sie nämlich... Ich glaube, ich habe die für 90 oder so gekauft. Aber da hat sie noch 170 gekostet. Ich weiß es nicht. Irgendwie so in dem Dreh. Auf jeden Fall ist sie... Aktuell kostet sie 140 Euro. Mal gucken, wie das Internet hier ist. 4, 8... Okay, weiter geht's. Die werden immer lauter. Ich speichere mal ab. Die sind mir viel zu laut. Das ist ein bisschen creepy, wie die schreien. Wenn ich ehrlich bin. Aber auch ein bisschen witzig, wie die weglaufen vor mir. Lauft, lauft! Alter, hilf mir! Los, ziehleine. Alter, wie die einfach mal durch die Wand gebrochen sind. Sie sind also gekommen. What the fuck? Ich bin General Garg. Ich bin General Garg. Wie befolgen König Bautas Befehle und wir werden den Stewarden. Solange wir ihn in Verwahrung halten, haben wir die Erlaubnis, alles zu tun, was wir wollen. Haben Sie das verstanden? Ihr Schicksal ist mir völlig gleichgültig, Sir. Sie sind unhöflich und außerdem hier eingedrungen. Zu unserem Spielzeugkiste haben Leute, wie sie keinen zutritt. Die Schätze in diesem Spielzeugkiste sind nur für uns Shy Guys. Und der Verbleib dieser Sterns geht sie überhaupt nichts an. Stecken sie sich dem Kampf, Sir. Okay. En garde! Mord auf fond. What? Attack! Let's go! Do this! Alter. Muss jetzt gegen eine Armee kämpfen, oder was? Oh, ich hätte mir Sternschauer behalten sollen, oder? Alle zusammen, jetzt ist er dran! Angriff! Vor allem er hat jetzt Sternschauer darauf geballt. Ich wusste, irgendwas passiert hier, deswegen brauche ich Flächendamage. Ich brauche ein Item mit Flächendamage, der die alle wegklatscht. Aber wir haben ja noch den Schneemann hier. Aber ich will gar nicht den Schneemann einsetzen, ich will die Sternenpower. Hier, wir machen Sternschnuppen gedöhnt. Wie viel macht das? Angriff sieben. Ja, damit haben wir sie sowieso alle weg. Wow, nicht den Führern nachahmen. Das war witzig. Damn! Das ist jetzt keine Sympathie für den. Das ist ja einfach nur witzig, weil der halt angezogen ist wie so ein Marjor. Armen. Nicht Armen. Armen heißt es. So, dann haben wir das. Wir müssen ihn doch mal auswechseln, weil ich will die... Äh, das ist halt die Frage, ne? Warte mal. Au. Au, 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 au! Wie Aua! Okay. Okay, okay, okay. Bam. Zieh dich. Armee wurde runtergedrückt. Oh nein, er hat sie alle besiegt. online er hat sie alle besiegt das ist gar nicht gut ich glaube jetzt liegt es an mir bist du denn was macht gemacht der holz sogar und dann rennt er weg mario sie werden dafür bezahlen sie haben meine infanterie geschlagen aber das ist alles was sie heute schlagen werden seien sie gewappnet so weit ist fertig jetzt erst du schuld ich mache noch nicht mal fertig und dann bin ich auch auf und mache meine schicht an wenn wir auch schon viertelstunde noch dann habe ich den gegner besiegt oder los angriff kämpfen 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 da wie ist der doch das ist richtiger major jawohl sofort zurück okay damit habe ich nicht gerechnet dass diese kleine armee gar nicht mal so stark ist sondern die starken leute kommen noch erst mal den hier zack die sind unten dann wechseln wir zu bomby bälle die mädel ja dann wünsche ich dir auf jeden fall unglaublich ich glaube es ist an der zeit für meine spezialbataillon was kommt denn jetzt 1 2 3 4 1 2 3 4 er kommt von unten unter ihm tut mir leid für sie sehr zeit die rechnung zu begleichen so müssen treue zuschauer auf jeden fall sein vielen dank dafür wir haben es fast geschafft hoffe ich das gleiche nochmal würde ich sagen wir ballern die einfach so weg strategie ist auf jeden fall da und dann konnten wir den rest wieder die leben noch hatte ich für den haben die denn machen wir das gleiche noch mal haben wir sie jetzt ja gleich wieder da bin kurz für kleine königsfieger alles jetzt hat er gar nichts wird sagen wir hatten die sprache gut dann nehme ich das eben selbst in die hat niemand stellt sich den topf einer ramee auf diese art und weise bloß niemand okay ähm ähm wir switchen mal wieder ich möchte gerne den little man hier mach mal hier ein Turbolader ach so ach so ach scheiße okay okay ähm ich werde mal ich werde mal ich werde mal schmerzhaft ach so die zwei da oben ist das verstecken ähm okay 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 ich muss auf jeden fall jetzt noch was einsetzen ja wir essen jetzt mal so eins nochmal stärken bitte wieder auf voll maxi nein mein technische verteidige meine heim der verteidigung scheint diesen elektrischen angriffen nicht standhalten zu können. Hören Sie sofort mal mit auf. Das ist viel zu stark. Das ist gegen die Konvention von Chi-Guy City. Bombe! Au. Okay, ähm, let's try it again. Mach mal so einen Power-Shocker. Äh, das ist ja voll unfair. Das hat ja... Äh, das ging nicht. Das war richtig dumm, oder? Das war doch richtig, richtig dumm. Jetzt bin ich komplett raus. Wie nervig. Was für ein dummer Angriff. Ach, scheiße. Ich krieg gar nichts mehr gebacken, irgendwie jetzt gerade. Ich wusste auch nicht warum. Es ist wahrscheinlich schon zu spät. Ach du Scheiße, jetzt komm ich gar nicht mehr durch. Ich verstehe, okay, okay. Ich hab's verstanden. Ah, ist okay. Ähm. Zu früh, zu spät, zu früh, zu spät. Ich bin back. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Ich bin gleich wieder tot. Hm. Ich hab da noch ein bisschen was hier. Was halt? Warte, futtern. Willkommen zu den Gästen. Alter, das ist auch wieder so ein krackiger Endgegner, ne? Muss ich echt sagen. Das geht einfach nicht. Was ist das für eine dumme Scheiße? Ja, komm. Ich hab ihn ja auch wieder. Dann kann ich ja auch wieder umgehen. Was ist das für ein blöden? Ja, das ist für ein blöden. Ja, das ist für ein blöden. Ja, das ist für ein blöden. Dumm. Was ist jetzt schon wieder los? Ey, das ist doch dumm, ich komm gar nicht mehr klar. Habe ich ihn jetzt endlich? Ja, Gott sei Dank. Boom. Mach mit, Turbolader. Ne, das habe ich zweimal jetzt gemacht und ich kann noch so schnell drücken, die Leiste füllt sich nicht und es macht einfach kein Damage. Diesen Drecksangriff setze ich nie wieder ein, das hat mich tierisch aufgeregt. Alter Schwede ey, was für eine dumme Attacke, Turbolader. Was, Turbolader? Ihr wart ja gerade nicht so stark, ihr blöden alten Scheibeis. Ich habe sie verklau... Opft. Ist doch so, oder Mario? Ja, schon. Oder war Turbolader das, womit ich Mario stärker gemacht habe? Das habe ich auf jeden Fall die ganze Zeit eingesetzt, wenn es das war. Ich weiß es nicht. Und da war ein Angriff richtig dumm. Richtig dumm. Nein, war es nicht. Oh, das ist der Seefahrerstern. Guck mal. Guck mal. Zack. Okay, es war nicht Turbolader. Turbolader war der Attacke, die ich die ganze Zeit eingesetzt habe. Das war Powershock. Powershock ist die dumme Attacke. Da drückst du so, sollst du schnell A drücken wie möglich und die Leiste füllt sich einfach nicht bei. Egal wie oft du A drückst, das ist richtig scheiße. Aber Turbolader war gut. Das habe ich gegen Mario die ganze Zeit eingesetzt. Turbolader. Ja, sehr gute Attacke. So, und zack. Gucken wir uns mal den. Walawala, 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 walawala. Ja, eigentlich aber siegt. Yeah. Kapitel 4 beendet. Um, so heißt der, um muskular den vierten Stern zu befreien, stellte sich Mario der üblen Shy Guy Bande. Langsam erfüllt wieder funkelndes Leben den einst so finsteren und kahlen Nachthimmel. Doch erst, wenn der Sternstab aus Bowsers Clown entrissen wird, ist das Böse gebammt. Noch drei Sterne warten auf ihre Rettung, doch wo in aller Welt mögen sie wohl sein? Drei Stück noch! Alter, noch drei... Oder nee, insgesamt müssen wir ja noch sechs... Episoden drehen. Oder... Kracke. Ich schicke dir dann meine Shisha über Discord. Musst du nicht, ich habe doch meine eigene hier stehen. Die habe ich noch nicht eingepackt. Die wird auch erst am letzten Tag eingepackt. Speichern und... Weiter, oder? Speichern und Weiter drücken wir mal. Und dann drücken wir da das hier, weil diesmal gucken wir uns Peach's Story nicht weiter an. Ich mache hier mal einen Speicherpunkt und dann machen wir mal Schluss, weil ich habe genug für jetzt. Also das reicht mir. Es sind auch nur noch vier Minuten bis elf Uhr. Ist doch mehr als genug, oder? Haben wir dieses Twitter-Kapitel auch abgeschlossen? Ist doch top, 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 top. Controller-Verbindung abgebrochen. Warum bloß? Warum bloß? Äh, no signal. Chittledip. So. Huh. Yay. We did it. Ja. Zack. Gibt das mal aus. Fast drei Stunden. Wow. Ja, ne? Drei Stunden haben wir gebraucht für ein Kapitel. Und ich habe heute schon einmal zwei Stunden gestreamt. Äh, Paper Mario. Das heißt, insgesamt fünf Stunden für ein Kapitel. Aber wir haben auch viel neben drumherum gemacht. Ich habe noch ein paar Sternchen gesammelt. Also Sternenspieler und, und, und. Äh, diese Nebenquests gemacht. Also, ja. Haben echt schon lange gebraucht. Aber wir haben das Kapitel abgeschlossen. So. Und damit, äh, bin ich auch raus für heute. Vielen Dank an, äh, dich Goku. Dass du so, ähm, lange auch mit in dem Stream jetzt warst. Finde ich super. Also ich muss mal hier was drehen. Das ist mir ein bisschen zu schief. Äh. Ist er besser? Ja, doch ein bisschen. Das ist, ach so. So muss es eigentlich sein. Genauso. Von vorne siehst du hübscher aus, mein Lieber. Wie, wann sieht man mich denn von hinten? Gott sei Dank bin ich von vorne hübscher als von hinten. Uh. Hahaha. Ähm, ja. Top, top, top. Von der Nähe. Weil ich sonst immer so weit weg bin, oder was? Hahaha. Ähm, ja, danke für deine Treue. Und, äh, natürlich als Mod bist du ja auch wirklich, äh, engagiert und auch meistens immer, also eigentlich immer dabei. Guckst du immer einmal rein. Vielen Dank dafür. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch, äh, einen angenehmen Abend. Viel Spaß mit der Shisha. Äh, das Gleiche werde ich jetzt auch tun. Und, ähm, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Weil morgen, wie gesagt, ich werde jetzt mein Setup morgen abbauen. Warte, ich hab das ein bisschen zu hoch angestellt. Zack. So. Setup wird abgebaut, ähm, weil morgen der letzte Tag ist, wo ich dann noch die Chance habe, meine Möbel quasi auseinanderzubauen. Weil am Freitag bin ich von meiner Oma nochmal eingeladen zum Grillen. Deswegen werde ich da auch nicht streamen. Da habe ich aber auch keine Zeit, um die Sachen auseinanderzubauen. Also muss ich das quasi morgen machen. Und das werde ich auch morgen machen. Äh, und Samstag muss ich schon meinen Kumpel abholen, der quasi den Sprinter fährt, weil ich fahre ja mit meinem eigenes Auto am Sonntag. Äh, der kommt am Samstag. Ich hole ihn ab. Dann fährt er erstmal nach Köln. Penta kommt dann am nächsten Tag morgens wieder. Und dann gehen wir um 10 Uhr den Sprinter holen, laden alles ein und ab nach Hamburg. So schaut's nämlich aus. Und dann bin ich, äh, quasi erst Dienstag wieder, äh, bereit mit dem Stream, wenn ich mein Setup da aufgebaut habe. Und, äh, mein Internet muss natürlich auch konfiguriert werden. Das habe ich bestellt. Die, der Techniker kommt am Montag im Laufe des Tages zwischen 10 und 2 Uhr. Ne, Quatsch, was habe ich gesagt? Zwischen, äh, 14 Uhr oder zwischen 12 Uhr und 18 Uhr. Irgendwie sowas im Dreh. Keine Ahnung. Kommt auf jeden Fall am Montag. Und dann wird das Internet da bei mir erst eingerichtet. Das heißt, ich kann wirklich erst danach, äh, wieder streamen. Montagabend oder halt auch Dienstag erst. Muss ich gucken. Auf jeden Fall, äh, vielen Dank an alle, die heute auch im Stream waren. Vielen Dank an dich, Goku, dass du als Mod so aktiv bist und generell auch immer im Stream bist, obwohl du arbeiten musst und auch selber streamst und Shisha raus und so viel zu tun hast. Und bei mir geht es im Grunde auch nicht anders. Ähm, ja, und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich bin raus für heute. Wiederschauen, reingehauen, eure War und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017